Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 10. November 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 244 und ich habe euch heute frisch brühend warme Themen mitgebracht. Cisco Switch, Xbox One X, Surface Book 2, Hallo Mangenta, Patentroll, Smartphone König, Eröffnungsparty, Clips 2.0 und ein Flugtest, den ich eigentlich gar nicht reinnehmen wollte, aber, man, ihr solltet auch wieder mal was zum Schauen haben. Link wie immer bei uns auf daily.geektalk.ch Und ja, ich beginne doch gleich mal mit den ganzen Themen. Zum einen, nachdem wir vor kurzem diesen, wie hieß er nochmals, Crank, Crack-Geschichten hatten mit dem WLAN, gibt es jetzt eine nächste grössere Sicherheitslücke und zwar bei tausenden von Cisco Switches. Ja, die liegen quasi offen im Netz rum. Und das ist ziemlich unschön, denn man kann sich darauf einwählen, die umkonfigurieren und Spass haben. Damit das nicht passiert und was genau dahinter steckt, wir haben einen Artikel von Heise verlinkt. Wer betroffen ist, sollte da sicherlich ziemlich schnell reagieren, weil, ja, halt ein bisschen unschöner. Dann kommen wir zu Xbox One X. Weshalb erwähne ich das heute? Der Launch war eigentlich schon gestern, vorgestern? Ich glaube, Dienstag. Auf jeden Fall, heute Abend war die Launch-Party hier in Zürich, also sprich in der Schweiz. Ein schöner, angenehmer Event. Besten Dank nochmals an Microsoft und all die anderen Partnerfirmen, die dann noch vor Ort waren. Was heisst das? Doch, Kensington war noch vor Ort. Und natürlich das ganze Team, Microsoft Schweiz. Ihr seid coole Typen. Lieben Gruß an Chris und die Crew an der Stelle. Und, ja, bei Microsoft bleiben wir auch gleich. Und, ja, Xbox One X ist ein geiles Teil übrigens. Unglaublich schnell und heisse Grafik. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist was, was unter den Weihnachtsbaum gehört. Aber auch unter den Weihnachtsbaum. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei mir auch, also ich hätte nichts dagegen, so ein Surface Book 2 liegen würde. Das Teil wird jetzt offiziell ab dem zweiten des Folgemonats, des nächsten Monats, vorbestellbar sein für Deutschland. Wie es in der Schweiz ausschaut, weiss ich jetzt gerade nicht auswendig. Habe ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, keine Mail dazu. Habe ich eine Mail? Doch, wir ziehen gleich mit Deutschland. Genau, so rum war es. Auf jeden Fall ein nice Teil. Könnte ich mich damit anfreunden. Dann gehen wir gleich über zu der Deutschen Telekom. Die bringen jetzt was, und das nennt sich ein Sprachassistent. Hört auf Hallo Mangenta. Logisch irgendwie. Und soll anscheinend keine Reaktion auf Amazon und Ähnliches sein. Mit ihren, spreche ich jetzt nicht aus, Assistenten. Denn anscheinend ist man schon seit vielen Jahren damit am Rumtüfteln. Ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Weil hier in der Schweiz zum Beispiel beim grössten Schweizer Provider ist es auch so, dass sie da schon länger mit sowas rumbasteln. Wer weiß, vielleicht hören wir bald auch schon eine Hello Swisscom. oder Hallo Swisscom Box oder was auch immer wir dann schlussendlich hören. Ja, die Trolls kommen wieder mal. In diesem Fall Marshall, ne, ja, also Marshall Texas. Das ist so eine lustige Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Dutzende und Tausende und Hunderte oder keine Ahnung wie viele Patente aufzukaufen und dann einfach mal zu klagen. Und zwar überall nach links und rechts. Und aktuell klagen sie gegen Microsoft. Kann ja passieren, passiert auch häufig. Aber komisch, sie klagen auf ein Produkt, das eigentlich so in dem Sinn ja nicht mehr wirklich gibt. Das Lumia 950, ein Gerät, das ausläuft. Und ja, sie mussten da auf Ende des Jahres wahrscheinlich noch ein bisschen Geld reinbringen. Mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Es geht um LED-Lämpchen, die da sich, ja, das Problem oder das Patent verletzen. Das iPhone X könnte alles wieder wenden. Diesen Sommer haben wir ja mal verkündet, dass kurzerhand Huawei am Platz 1 der Smartphone-Hitliste war. Dann ist Samsung wieder nachgezogen. Unter anderem natürlich wegen dem Note und der ähnlichen Produkte. Und wie es aktuell ausschaut bei Hochrechnungen, ist so, als könnte Apple den Thron wieder zurückholen. Also mit dem X haben sie aktuell 19,1% Marktanteil. Samsung wäre bei 18,2%. Huawei wäre bei 10,6%. Also schon deutlich weniger. Und Xiaomi und so weiter, das ist dann noch irgendwie so 6% und ähnliche Prozent. Also nicht mehr wirklich viel. Spannend, spannend, wie es weitergeht. Dürfen wir gespannt sein. Vor allem, wie viele Geräte noch kommen. Denn, ja, bald schon starten ja neue Länder mit dem neuen iPhone X. Habe ich vor X gesagt? Ich meinte natürlich X. Bei Apple gab es ja den Einzug ins UFO diesen Jahr. Und dann gab es auch die erste Keynote, die man im Siftjobs Theater abfeiern durfte. Und jetzt ist es soweit, dass das Besucherzentrum, was ja gerne immer wieder besucht wird, wenn Leute nach Amerika gehen und die ganzen Tech-Firmen besuchen. Und das soll oder wird am 17. November eröffnet. Und zwar zuerst mal für Anwohner. Schönes Kärtchen gab es da. Ich glaube, ich muss noch kurz umziehen vor dem 17. Da würde ich doch auch gerne mal hingehen. Na dann, gab es noch ein Update. Zum einen gab es iOS 11 Updates, sprich für eure Devices. Und solltet ihr rausführen, weil zwei, drei kleine Geschichten da mit drin sind. Das andere ist die Clips App. Möchtet ihr euch noch erinnern? So eine Bilderbearbeitungs-App von Apple, die eher wahrscheinlich so gegen jüngere Leute zielt. Also Selfie und Bilder verarbeiten. Aber eben nicht nur die Jüngeren. Das ist das gleiche Vorurteil wie bei Snapchat und Co. Das Ganze ist, oder die App ist eigentlich dazu gedacht, um möglichst schnell aus gewissen Materialien, seien es kleine Filmausschnittchen oder kleine Fotostückchen, zusammenfügen und einen kleinen Film damit machen. Einen GIF, ein animiertes Bild oder was auch immer daraus erzeugen. Und neu haben sie jetzt Selfieszenen mit drin. Ausprobiert habe ich es noch nicht, aber mir zumindest schon mal beim Update kurz das Video dazu angeschaut. Die Benutzeroberfläche wurde ein bisschen angepasst oder umgebaut. Und ja, ich werde das mal in nächster Zeit ein bisschen nutzen, denn ich möchte ja, nachdem ich am Samstag dem Achim seinen Kurs zu Social Media Stories oder seinen Workshop besuchen werde, vielleicht auch mal wieder probieren. Folgt mir mal auf Snapchat. Ne, ich mache es bei Instagram Story. Sehr wahrscheinlich. Mal schauen. Snapchat, Instagram. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Pockipsi bin ich da. Zu guter Letzt habe ich euch ein kleines Video und eigentlich wollte ich ja das wieder mal vermeiden, denn es gibt nichts Schlimmeres als diese Videos, wo Leute neue Smartphones zerstören. Noch Schlimmeres gibt es aber doch. Das sind die Leute, die darüber sprechen. Sprich jetzt ich, es hat wieder mal jemand nicht nur das iPhone fallen lassen, sondern aus dem Flugzeug, aus 1000 Fuss Höhe fallen lassen und das Ganze in 4K gefilmt. Hat es das iPhone überlebt oder nicht? Ihr könnt es im Clip nachschauen, sofern euch das interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, es tut mir leid. In diesem Sinne. Die Woche ist rum. Ich habe euch begleiten dürfen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, für eure Rückmeldungen per Mail, per DM etc., was da alles so reinkam. Und ja, natürlich. Nächste Woche wird der Achim wieder für euch da sein. In diesem Sinne. Auf bald. Euer Pockipsi. Habt einen schönen Tag und geht mir gut ins Wochenende. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.